Ja hallo, hier ist dieser Klaus von der Elterngeneration und Klaus spielt wieder ein Wortspiel-Wort-Connect. Also wir haben heute wenige Worte, 1, 2, 3, 4, 5, 4 wortige, 4 buchstabige Worte und ein 6 buchstabiges. Wir haben zwei Vokale, ein, drei bisschen erinnern, ich werde sie sagen. Ja, hier. Bier geht auch hier, Bier. Aber die Reihe, die Reihe ist fünf Buchstaben, also eine, warum die nicht? Die Reihe ist fünf, vier, 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 vier. Bier. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und dann in die Räume. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, was ist das? Vielen Dank. Ja, was ist das? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, was ist das? Vielen Dank. Ja, was ist das? Ja, was ist das? Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, was ist das? 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 Untertitelung. BR 2018 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 Yeah. Ja. 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 gut 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020